Sula, eine Tochter von Mirko und Diablo, ist unsere nächste Verpaarung. Sula, die haben sich schon gepaart. Wir sind sehr gespannt, was uns daraus erwarten wird. Im Augenblick haben sie nur ihre Nasen und nur am Pinkeln, weil hier gerade die Canecosos waren. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020